Willkommen hier bei ProfiSchnack.de im Showroom in Empfingen. Ich habe heute was ganz Besonderes für Sie und zwar die Garnitur Softie von Willi Schillig 123-01 als zweiteilige Kombi in Leder, Schwarz, Longlife-Leder. Eine leichte Form, leicht geschwungene Armlehnen, viel Bodenfreiheit, softe Kissen, softie, lose Rückenkissen mit viel Platz für eine kleine Familie, mit hoher Bequemlichkeit zum Liegen, zum Lümmeln, zum Lieben. Alles was Sie hier machen wollen. Es kann sogar mal jemand übernachten, weil wenn man die Kissen wegnimmt, haben sie genügend Tiefe zum Schlafen. Eine Garnitur, die kommt aus einem Kundensterno von Otto. Wir haben verschiedene Farben im Moment in Stone, in Weiß, in Schwarz und auch links und rechts rum teilweise. Geben Sie einfach oben rechts beim Suchenfeld von profi-schnapp.de 123-01 ein. Dann sehen Sie alles was wir haben. Immer zu unfassbaren Preisen. Immer einwandfreie Ware mit kleinen Schönheitsmängeln, aber dafür unheimlich günstig. Ich empfehle Ihnen Softie, wenn Sie eine kleine Familie haben, ein pflegeleichtes Leder wollen und einen Mecherenstiel pflegen. Softie von Willi Schilik, ein echtes Schnäppchen. Schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.